Menschen Shinigami Hollows Vor langer Zeit lebten wir im normalen Kreislauf miteinander. Die Shinigami zerschnetzelten die Hollows und brachten die Seelen sicher das Soul Society. Doch dann verriet uns Eisen, erklärte uns den Krieg und alles änderte sich. Nur meine Vorgesetzten, Central 46, hätten ihn aufhalten können. Doch als wir sie am meisten brauchten, verbanden sie mich. 110 Jahre sind vergangen und ich entdeckte einen Jungen namens Ichigo. Auch wenn er über enorme Fähigkeiten und orangenes Haar verfügt, so muss er noch eine Menge lernen, bevor er jemandem helfen kann. Doch ich glaube daran, dass Ichigo diese Welt retten wird. Schöne 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 Schöne